Gerichtsschlappe für die Rentenversicherung. Bundessozialgericht urteilt, neu designte Rentenbescheide sind zum Teil rechtswidrig. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 26. Juli 2022 hat das BSG in drei Revisionsverfahren entschieden, dass die von der Rentenversicherung im Jahr 2018 neu designten Rentenbescheide nicht ausreichend begründet sind oder zum Teil nicht ausreichend begründet sind. Im Kern ging es in diesen drei Verfahren um die Frage, ob den Kläger oder Klägerinnen ein Kostenerstattungsanspruch gegen die Rentenversicherung wegen angefallener Kosten aus einem Widerspruchsverfahren zustehen würden. Diesen Erstattungsanspruch hat das BSG in den drei Verfahren abgelehnt. Aber das BSG hat in den Urteilsgründen zulasten der deutschen Rentenversicherung entschieden, dass die Rentenbescheide seit 2018 nicht hinreichend begründet sind. Im Jahr 2018 wurden Rentenbescheide durch die Rentenversicherung umgestaltet und neu designt. Einige Anlagen sind weggefallen, unter anderem die Anlage Entgeltpunkte für Beitragszeiten, beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten. Aus den Urteilsgründen des Bundessozialgerichts ergibt sich, dass die Rentenbescheide nicht in allen Punkten nach § 35 SGB X ausreichend begründet sind. Die Begründung muss so geschehen, dass den Betroffenen eine sachgerechte Wahrnehmung seiner Rechte möglich sein muss. Das heißt also, wenn er den Rentenbescheid sieht und durchliest, muss klar sein, kann ich jetzt dagegen Widerspruch einlegen oder nicht. Für die Bewertung der Entgeltpunkte für reine Beitragszeiten hat die deutsche Rentenversicherung die gesetzlichen Begründungsvorgaben erfüllt, so das Bundessozialgericht. Das ist ja schon mal positiv. Aber für die Bewertung der Entgeltpunkte für beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten liegt ein Begründungsmangel vor, so das BSG. Mit dem bloßen Hinweis, Entgeltpunkte für beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten würden zusätzliche Entgeltpunkte ermittelt, hat die Rentenversicherung nicht nachvollziehbar aufgezeigt, für welche Zeiträume und nach welchem Entscheidungsprogramm sie diese Zeiten bewertet hat. Und der allgemeine Hinweis im Rentenbescheid, und das stößt natürlich bei uns auch sehr sauer immer wieder auf, auf Nachfrage würden weitere Auskünfte und Erklärungen kostenfrei erteilt, kann diesen Begründungsmangel nicht ausgleichen. Ja, also im Grunde genommen ist es immer so, wenn wir einen Rentenbescheid bekommen und wir sehen dann die Summe aller Entgeltpunkte, wo dann auch die Entgeltpunkte für beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten drinstehen, können wir gar nicht wissen, wie die das überhaupt berechnet haben. Und dann sollen wir praktisch bei der Rentenversicherung höflicherweise, netterweise anfragen, ob sie uns mal die Anlagen dazu zusenden. Das, finde ich, ist eine Riesensauerei. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern es ist Aufgabe der Rentenversicherung, das sicherzustellen. Und so hat es auch das BSG entschieden. Wir können nur hoffen, dass die Rentenversicherung die Urteilsgründe des BSG ernst nimmt und auch umsetzt und zukünftig in die Rentenbescheide die Anlagen für die Bewertung der Entgeltpunkte aus beitragsfreien und beitragsgeminderten Zeiten wieder aufnimmt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.